Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 26. April Spricht Jesus zu ihnen, Kinder habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Johannes 21, Vers 5 Vergessen wir einen Augenblick, an welchem Ort das Gespräch stattfindet. Es hat eine Bedeutung, die weit über die damalige Situation hinausgeht. Mir ist, als stehe hier unser Herr vor der modernen Welt und frage sie. Habt ihr etwas, um euren Hunger zu stillen? Habt ihr zu essen? Und soweit diese Welt aufrichtig ist, wird sie antworten müssen. Herr, unser Magen ist satt geworden, aber unsere Herzen hungern. Ein riesiges Kulturprogramm steht den Menschen heute zur Verfügung. Und Zerstreuung und Vergnügung werden an allen Ecken angeboten. Sollten da nicht die Herzen satt werden? Aber dann sehe ich die verdrossenen Gesichter junger Menschen. Ich sehe, wie sie leiden unter der Leere ihres Lebens. Ich denke an einen jungen Studenten, dem von seinem reichen Vater alles zur Verfügung gestellt wurde, was er wollte. Er erschoss sich und hinterließ nur einen Zettel mit den Worten, Es lohnt sich nicht zu leben. Und nun steht der auferstandene Herr Jesus, der Sohn Gottes, der für uns gelitten hat, an den Ufer dieser armen Welt. Er sieht die hungrigen Seelen, von denen der Dichter singt. Sie essen und sind doch nicht satt. Sie trinken und das Herz bleibt matt. Diese Welt, fragt der Herr, habt ihr nichts zu essen? Ich meine, die Welt müsste aufschreien und rufen. Nein, Herr, in aller Arbeit und in all unseren Vergnügen und Zerstreuungen verhungern unsere Seelen. Und ihr ruft der Sohn Gottes zu. Ich bin das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot isst, wird nicht mehr hungern. Herr, wir danken dir, dass du gekommen bist, uns satt zu machen. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich. Das ist gut. Es gibt viele guteCome-Einfliche.